Andreas ist einer von fünf Millionen Ehrenamtlichen in Bayern. Seit zwölf Jahren engagiert er sich in der Aids-Prävention. Und der Münchner zeigt auch, wie vielfältig Ehrenamt sein kann. Andreas verwandelt sich einmal in der Woche in Schwester Theresia. So versucht sie Aufmerksamkeit zu erregen und damit auf das Thema HIV und vor allem auf Schutzmöglichkeiten hinzuweisen. Andreas ist überzeugt vom Ehrenamt. Es ist eine ungemein bereicherte Sache für mich selbst auch. Und ich selbst habe auch wahnsinnig viel dadurch lernen dürfen. Ich habe tolle Menschen kennenlernen dürfen. Neben Beruf, neben Familie, neben allem möglichen Hobbys. Gut, ich meine, es ist eigentlich mehr ein Hobby als ein Ehrenamt geworden inzwischen. Und es ist einfach eine grandiose Sache, wenn man abends, nachts, in der Früh irgendwann heimkommt als Schwester und sagen durfte, ich habe so viele Menschen berührt, ich habe so viele Lächeln gezaubert. Das ist unfassbar toll. Und die Aids-Hilfe München ist über jeden Helfer dankbar. Ohne die Ehrenamtlichen können wir ganz viele Dinge nicht tun. Wir haben ein sehr breites Spektrum an Hilfsangeboten. Und gerade auch in der Betreuung und Entstigmatisierung von HIV-positiven Menschen sind uns Ehrenamtliche ganz wichtig. Die begleiten uns in die Szene, die begleiten HIV-positive Menschen hier im Haus, machen auch Ausflüge. Der Freistaat Bayern möchte dieses Engagement belohnen. Alle Ehrenamtlichen, die sich mindestens fünf Stunden in der Woche engagieren, erhalten eine Ehrenamtskarte. Damit bekommen die Freiwilligen Vergünstigungen bei verschiedenen Kooperationspartnern. Heute hat die Sozialministerin Kerstin Schreier die 150.000. Ehrenamtskarte verliehen. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir in Bayern so viel ehrenamtlich Tätige haben. Wenn man überlegt, dass jeder Zweite, der älter als 14 Jahre ist, in Bayern ein Ehrenamt ausübt, ist das ganz, ganz viel. Und wir können sehr stolz darauf sein, denn unser soziales Bayern wird schon ein großes Stück reicher durch die vielen engagierten Ehrenamtlichen, die wir haben. 600 Ehrenamtliche wurden heute ins Hofbräuhaus in München eingeladen. Sozialministerin Kerstin Schreier bedankte sich persönlich bei den Freiwilligen für ihr Engagement. Egal ob bei der Feuerwehr, im Sportverein oder bei der Flüchtlingshilfe. Ohne Ehrenamtliche wie Andreas wäre vieles so nicht möglich.